Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Mit dabei ist... Felix! Und heute werden wir wieder eine neue Folge Battle aufnehmen. Morgen kommt übrigens das Jubiläum. Die 10. Battle-Folge kommt dann nämlich raus und dann werden wir extra viele Folgen aufnehmen. Das wird super cool. Also, ja. Ja. Okay, jetzt macht mein Freund hier erstmal den Brunnen auf, sonst... ja, sonst wäre ich echt traurig. Und... Mach mal auf. Ich möchte Ihnen sagen, was Sie sich das gezeigt hatten. Ja, aber eher, mach mal auf. Mach mal den Brunnen auf. Mach ich. Gut. Jetzt kann ich es öffnen und... Falls... äh, falls unsere Stimme ein bisschen komisch hört, wir haben gar nicht gegessen. Nur, dass wir den so ein bisschen voll... Musst du sagen, dass wir gerade... Musst du sagen, dass wir gerade mit gar nichts gegessen haben? Niemand hat uns gesagt, dass wir mit gar nichts essen. Ich sage doch nur, wir haben was gegessen. Ja, und niemand weiß, dass wir mit gar nichts essen. Gut, so, oder? Ich habe übrigens die ganze Süß-Hauersauce aufgeschleckt. Oh, den Chip-Mac-Nuggets. Das war richtig scharf, den Chip-Mac-Nuggets. Zeig mal, das ist das dann. Also, die Stingswings. Oder was? Mach. Dann bekomme ich vielleicht sogar. Dann bekomme ich wieder sogar. Dann bekomme ich vielleicht mal danach in der nächsten Runde. Und zwischen der Pause. Doch, mach ich. Ich hab hier noch, äh, da bin ich nicht, ich hab hier noch mal. Ja, das ist halt. Das ist ganz so optisch aus. Hey, im Gegenteil, richtig Appetit. Nein! Huh! Ein Stückchen vor der Name. Dann bekomme ich ein Stückchen Torto. Ein Stückchen Torto. Das mach ich hier eigentlich. Leute, übrigens, ich bin wieder der untere Bildschirm, falls ihr euch fragt, wieso ich in den, ähm, Split Screen-Folgen immer so unten bin. Das liegt daran, dass mein Freund, ähm, das halt einfach so haben will. Und ich weiß nicht, was er damit bezecken will, aber er findet es gemütlich, sag ich mal so. Bezecken? Was ist das für ein Wort bezecken? Hey, ich hab gar nicht, ich hab gesagt gemütlich, du bezecken. Ich hab gar nicht gesagt gemütlich, du bist ne Zecke. Süß! Ja, du bist ein Stückchen. Ach, Junge, hast du mir jetzt zu viel mitgegeben? Ähm, du? Ja? Ja? Weißt du was? Durchfall. Voll auf dich? Nein. Doch. Doch. Äh, äh, doch. Nein, doch. er hätte wie er ihn und in der Zeit Köln 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 die Beobacht das ist warum es hat gar nicht aufzubrennen es hört nicht aufzubrennen die bieten du hast es echt nicht bemerkt ja aber du hast es echt nicht bemerkt übrigens Leute was ich in der Hand habe ist ein Steinschwert ja man jetzt kann ich schön wegwerfen alles in die Lava ich habe gewonnen easy easy isst du gerade in meiner Aufnahme? Leute er wollte diese Apelsine essen warte seht ihr das? diese Apelsine oder ist es eine Mandarina? was ist das? eine Mandarina Leute unten gerade einer beigetreten der heißt lalalalalalalala achte wie viel sind da jetzt bei uns schon in unserer Lobby bei uns sind ja schon viel beigetreten denn ändern wir dann leute er ist den ähm neun wie heißt er er isst den erupten beef bacon diesen diesen burger ist er gerade und wisst ihr was er davor noch gegessen hat er hat noch Pommes gegessen und eine Mischung aus allen Getränken gemacht und nun den er hat Cola, Light, Sprite, Fanta und noch und Wasser Cola was so schlimm du hast Cola gegessen äh Wasser und ich wollte schon sagen ich wollte schon gerade sagen also ich würde alles umgekehrt sagen so schlimm du isst Wasser die Komponente alle ja ich bin runtergefallen ich bin runtergeplumst Plumse Kuchen Plumse Klo wohl leer Plumse Kuchen Plumse Kuchen Plumse Kuchen Plumse Kuchen die Kuchen die Kuchen in der Welt und die Waffe da ich bin auch an die Nürnchen wenn wir von allen um oder nicht ich bin nicht weiter ja eigentlich können wir nicht also als erstes greifen ja an ja aber dann hauen die komplett ab das war mein Mann er kann ja nicht sterben ne Ja, das hab ich ja jetzt nicht aufgeschlossen. Das war ja dein Telefon. Nochmal ein Telefon. Das war ja kein Telefon. Das war ja eh noch nie. War ja eh noch nie. War ja eh noch nie. Die sind halt. Das schaffst du nicht. Doch, das schaffst du. Das schaffst du ja. Das schaffst du ja nicht. Bei mir jumpt der einfach nicht. Ich krieg dir meine Nummer, das hat er dir gedacht. Da ist noch eine Tour einer Seite. Pass auf. Wow. Ich hasse dich. Ja, ich hasse auch diese Ketten. Nein. Ich hab's ganz. Das ist ein Wasser gelandet. Oh, das ist ein Pfeil. Okay. Nee. Nee. Ich krieg's nicht. Ey, ich hab' der gute Rüstung, Alter. Und? Was? Was war das gerade? Das war ein Hacker. Lecker, Hacker. Ich hab' keine gute Rüstung, deswegen. Nee, 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 nee. Ich hab' nur davon getestet. Endlich wurde dieser Typ verfolgt, den ich nur verfolgt hast. Ey! Oh! Wie soll das mit dem Gehen? Jetzt wurde dieser Typ getestet, den geverfolgt hast. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein. Aber jetzt fehlt noch dieses Mädchen. Aber das wurde ganz erschossen. Schlüsselt doch. Das war erschossen, Alter. Ich hab immer noch keinen Bock. Ich hab' immer noch keinen Bock. der Fall gibt sogar 8 und 45 schon mach mal bis hin hin ich kann nicht das kann nicht ich kann nicht ich kann nicht dafür los türi wow, ich kann dagegen nichts machen ja dann geht niemand Wasser ja aber selber können sie eigentlich nicht und das ist ein starker Bogen verbrenne wow, das ist aber wie gut der getrug geworden wow ja jetzt holt er wieder sein Steakhaus die Bänken raus und isst ihn doch ja, was soll man noch sagen wir sehen uns dann in der nächsten Folge Leute tschau